Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will keine Real, denkt daran. Ich will wahren, die ich verkaufen kann. Tabak. Si, si. Wir haben guten Zucker. Küsten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? Si. Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Kastilio, nachdem der Mann gestern habe, der Streit von Zaun bracht. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Kastilio begleiten? Nein, Silber. Käpt'n Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott. Ist dieser Ries euer Käpt'n Mendoza? Kass in Hinrichtung. Nein, Silber. Das ist ein Tiburon. Eine von den Nörd Torres Männer. Können Sie uns nicht hier. Der Ja. Drei. Ich kann das. Ich bin, der ist nicht um. Ich bin, der ist ein偶ge. Ich bin, der ist ein aggiung. Ich bin. Ich bin, der ist einitzer. Ich bin. Ich bin, der ist einliegen. Und ich bin, der ist ein Lieber. Ich bin, ich bin, für eine andere, die ich bin. Ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. welches ziel vor allen dingen das ging jetzt aber auch wieder mal verdammt schnell ja das ist schön umgedreht aber ich würde fast sogar sagen das machen wir erst in der nächsten folge weiter weil es ist wieder zeit zum ende bis dahin oder wiedersehen jota bin ich auch schon wieder zurück bei let's play ist es ein script 4 black flag wir verfolgen jetzt immer noch diesen tag und nicht diesen erlunken der unseren kollegen bonnet bestohlen hat und seinen zucker irgendwo gebunkert hat den müssen wir ja wieder zurückholen das heißt wir gehen dass man den kapital hier verfolgen kino in der barriere ich habe keine chance ich ging alle ich habe zwar noch drei die übrig waren also aber ich finde es krass dass er dann erstmal direkt sobald man stirbt wenn dann erst mal speichert moment ihr wisst was zu tun doch ich würde gerne verdammt ja fixer junge im vorbeigehen holt der typ mich noch der holt der arsch mich so im vorbeigehen noch ich werde direkt tot jawohl auch da habe ich ja nicht angreifen Ja, ich glaube, ich kriege alle Ge- Ja, direkt wieder tot. Ja, tot. Ohne Ende. Ich würde den Typen... Ja, 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 ich würde den Typen... Ich muss irgendwie da hoch... Ja, ich würde den Typen... Ja, ich würde den Typen... Ja, ich würde den Typen... Ja, ich würde... Ja, ich würde den Typen... Ja... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das wäre mal gut zu wissen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Problem, da sind jetzt zwei Einmal du Und du auch noch, mein Kollege Und du hast ein bisschen zu lange So, haben wir alle? Oder sind hier noch irgendwelche Vollforsten? Nehmen wir mal ein, nehm sie, äh, schau's nochmal Man schreckt nicht mehr Das war die einfachere Methode Das ganze Ding rum, da muss ich nicht durch, da muss ich nicht durch, da muss ich nicht durch das Ding durch Wie gesagt, ich nehme mal den kürzesten Weg ins Gefängnis, aus dem Gefängnis, adios Und jetzt können wir uns quasi hoffentlich jetzt mit demnächst mit demnächst mit demnächst mit demnächst mit der Ex-Fregate hier verpissen Ja, wenn ich ehrlich bin, ich glaube die ganzen Soldaten sind nicht mehr so besonders gut auf uns zu sprechen Wir haben ja schon einiges geschafft heute Äh, ne, 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 Havanna Hier müssen wir das Ziponett treffen Und das machen wir doch jetzt noch glatt Das ist auch schon das Ende der Folge, wie gesagt Lange genug gebraucht Wo ist er denn? Es tut mir leid wegen dem Zucker Ich habe nur ein paar Hände Doch, dieser Kein großer Verlust Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten Sollst du lange hierbleiben? Ein paar Wochen, ja Dann zurück nach Barbados In die Tristesse des Familienlebens Wähle nicht die Tristesse Segle nach Nassau Lebe dein Leben, wie du willst Ha, habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig Nicht schäbig, bescheid Oh Gott Das wäre ein Abenteuer Aber nein, nein Ich bin Ehemann und Vater Und trage große Verantwortung Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, Duncan Hey, I'm Bonnet Ich heiße Edward in Wahrheit Duncan ist nur ein Deckname Ah Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur Der Gouverneur, ja Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten Missionen beendet Erinnerung 0,2 Und mein Zucker Gut, das haben wir gemacht Nicht in Kämpfe entwickeln lassen Das haben wir ja Durchaus ein paar Mal geschafft Aber wir haben uns ja dann über das Dach durchgekämpft Ins Gefängnis Gut, aber dann würde ich sagen Machen wir hier schon wieder Feierabend Oder sie macht nur Feierabend Und sehen uns in der nächsten Folge Wieder bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag Und dann mal schauen, was so das Ganze uns noch so bringt und erwartet hier Bis dahin Und auf Wiedersehen